Das Erwachen des Geistes Der erwachte Geist strebt nach Buddhaschaft und hat das Ziel, alle Wesen im Universum von Leiden zu befreien. Um den erwachten Geist zu entwickeln, müssen wir meditieren. Er lässt sich nicht durch bloßes Wunschdenken oder Gebete erreichen, und er lässt sich weder durch bloßes intellektuelles Verstehen noch mithilfe eines Segens oder durch Gnade verwirklichen. Wir müssen ihn durch Meditation, beständige Wiederholung und Gewöhnung kultivieren. Um die Meditation auf den erwachten Geist beibehalten zu können, müssen wir zuerst die Vorzüge seiner Entwicklung wertschätzen. Wir sollten die intensive Sehnsucht ausbilden, ihn entwickeln zu wollen und dies als unsere wichtigste Aufgabe ansehen. Daher ist es ersichtlich lohnend, Herzensgüte zu entwickeln. Die Frage ist jedoch, wie man an diese Aufgabe herangeht. Bei der Schulung des Geistes sind Herzensgüte und das Erwachen des Geistes eng miteinander verbunden. Der erwachte Geist stellt die unübertreffliche, höchste und endgültige Form von Herzensgüte dar. Der erwachte Geist ist grenzenlos gütig und von Weisheit erfüllt. Die Schriften erklären, dass der erwachte Geist ein Geist ist, der nach zwei Dingen strebt, nämlich erstens, anderen Wesen zu dienen und zweitens, dies zu erreichen, indem er versucht, Buddhaschaft zu verwirklichen. Wir können erwachen Im Buddhismus sind Erwachen und Achtsamkeit unsere grundlegende Praxis. Das Wort Budd heißt Erwachen und das Wort Buddha heißt Erwachte Person. Buddhismus bedeutet der Pfad des Erwachens. Bei meinen Reisen im Westen habe ich festgestellt, dass viele Menschen, auch viele junge Leute, bereits erwacht sind. Sie leben ein einfaches Leben, damit sie mehr Zeit haben, wirklich zu leben und zu lieben. Mehr und mehr Menschen essen weniger Fleisch, weil sie merken, dass Fleischessen sie nicht gesünder macht. Andersherum ausgedrückt, sie stellen fest, dass sie ohne Fleisch nicht schlechter leben und nicht schwächer werden. Das halte ich durchaus für eine Form des Erwachens. Es gibt also Menschen, die bereits erwacht sind und Wege finden, gesünder zu leben, sodass die Erde wieder grüner und sauberer wird und unsere Kinder sich noch an ihr freuen können. Ich glaube, die Fähigkeit zum Erwachen ist vorhanden und lässt sich auch weiterentwickeln. Wir sollten nicht zu pessimistisch sein. Wir müssen lernen, das Positive zu sehen und unseren Beitrag dazu und zum Erwachen aller Menschen zu leisten. Alle Erwachten können den Praktizierenden als Vorbild dienen. Sie inspirieren jene, die sich noch auf dem Weg befinden, sich mehr anzustrengen, damit sie irgendwann einmal ihren Vorbildern gleichkommen und wie diese Mitgefühl und Weisheit entwickeln. Unsere Fähigkeit zur Einsicht hilft uns, dieses Ziel zu verwirklichen, sobald sie nicht mehr von negativen und störenden Emotionen, den Quellen des Leidens, verdunkelt wird. Wenn der Verstand von guter Motivation gestützt wird, ist er ein unschätzbar wertvolles Werkzeug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017